Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Liars of 4 Wollen wir jetzt mal gucken, wo kommt denn hier diese Spur her Ok, da geht das schon mal auf, das ist sehr schön Ne, zurück brauchen wir nicht mehr dieses Quatsch, da wird es wahrscheinlich zu sein Und dann gucken wir mal hier drin In einen schönen Kerzenschall Die kennen wir ja da oben schon Mal gucken Wart uns hier gleich Wer wartet Oh, was haben wir denn hier schon nicht Naja, irgendwie kommt mir der Raum ein bisschen bekannt vor Kommt mir altbekannt vor hier Was haben wir hier Kommt in die scheiß Stimme her Hier stimmt Irgendwann ist ein verfluchter Haus Okay, jetzt haben wir hier so eine alte Schallplatte aufgenommen Die müssen wir jetzt da raufschmeißen Gucken wir hier nochmal schnell rein Gucken wir hier nochmal schnell rein Na Na Ah, anschmeißen müssen wir jetzt auch noch Oh Mann, das ist nicht gut Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Quatsch, stimmt hier nicht Hier verändert sich irgendwie alle Oh, oh Oh, oh Fuck 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 Ich habe eine Ich habe eine Jarte Und Plastische Ich habe Gäste Gäste Ich wusste wie es Ich habe die 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 Blut Blut in unserer Flasche Okay Gend das hier aus, ey Oh Mann, proceso Wie ein seientöl, ey So, wo lang? Was müssen wir machen? Hm, jetzt bin ich hier ein bisschen... verwirrt. Was müssen wir machen? Hm. Hm. Ah, was haben wir denn hier? Eh, war das jetzt passiert? Ah, müssen wir nochmal drehen wahrscheinlich. Ach, jetzt machen wir wieder rückgängig. Okay. Okay. Der ist Blut schon mal. Oh, jetzt können wir bestimmt... Mal gucken, ob wir hier richtig sind. Das sieht schon mal gut aus, denke ich mal. Na, wenn wir die Scheiße mal jetzt hier machen, gucken, was hier passiert. Na, siehst du denn jetzt hat sich da oben wieder was... Was ist denn jetzt geht immer weiter, dann haben wir ja hier noch was vor uns, ey. So, jetzt rennen wir hier nochmal raus. Na, hier können wir uns im Spiegel betrachten, auch sehr, geil. Oh, wieder ganz, ganz, ganz anders, ey. ist so alter was war denn das letzte ist ja so fast wie sei denn nur das zu da brauchen wir nicht machen kann ja mal sein dass hier was nützliches drin ist da war raum mit sich das zu ist nicht schön ist alt krass alter wenn er typische raft hat alter müsste er noch mal zurück spüren einfach geil sind eine puppe gekloppt das habe ich jetzt überhaupt nicht kapiert hier das ist schon krass äh äh Oh, what the fuck you, Alter. Pfff. Oho. Alter, langsam wird's heftig, ey. Es wird... Es wird viel zu krass hier, ey. Es wird zu krass, ey. Es wird zu heftig hier, ey. Wahnsinn. Man traut sich gar nicht... Ey, muss man das verstehen, ey? Na, die haben sich mal hier was krass einfallen lassen, ey. Pfff. Ohohoho. Das ist... Heftig. Heftig. Oh, Mann, ey. Na, der Bill kommt immer wieder vor. Ja, dann würde ich sagen, erstmal machen wir hier mal wieder einen Cut. Und die Koffie, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut da rein. Bis dann. Allein. Also, wir sehen uns im nächsten Mal.